Moin moin, herzlich willkommen zurück zu Neon White Folge 2 und ohne groß weiteres starten wir einfach mal direkt rein hier. Viel Spaß mit dem Video. Wow, amazing. Ich meine, dass es vier Sekunden schneller läuft. Oh. Das Ding, ja. Ich weiß, dass du nicht erinnerst, aber du war damals ein großartiger Lehrer, Herr Wight. Ich... ich war? Well, okay, fine. Wintch. 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 See ya. Du kennst, wie du sagst, ich bin ein großartiger Lehrer. Es ist Violet, nicht vergessen, diese Zeit zu vergessen. RACE YOU TO THE SHIP! Violet, huh? Weird girl. Shoot, ich better get moving. Discard abilities, press to activate surcals abilities, for bombs to destroy red breakable walls. 5 bombs will also destroy groups of enemies. Spannend, ah ja. Wait a minute, da hab ich was gesehen. Warte, nochmal replayen. Woops. My replay over there. Wait, wait. Ja, let's... Ja, ging's anders gemacht. Ja genau, man kann ja nicht... kann ich hier hoch setzen? Nee. Hm. Ja, man könnte nämlich theoretisch... hier aus dann direkt ans Ziel gehen, ne? Irgendwie... Elf low! Elf critical! Warnig. Warnig. Ja, der hat auch noch Leben. Pew pew! Hm. Dann gibt's hier auch noch irgendwo ein Present, ja? Oder... Warnig. Warnig. Oder etwa nicht. Warnig. 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 Thanks. Anton. Ah ja, okay. Man muss mit dem, äh... Okay, okay. Man muss mit dem Schuss sich da rüber katapultieren und die zweite Waffe auch noch mitnehmen. Also so hier. Oh, ja, ja, das war's. Genau so. Nochmal. Den einen abschießen, die anderen Gruppen killen und dann... Bada boom, bada bing, ja. Das war nicht ganz, ne? Halb Sekunde noch. Okay. That's how it's done. So, aber nochmal da oben das Geschenk noch holen. Ich weiß nicht genau, warum ich's mache, weil ich eigentlich nicht vorhabe, mir alle zu holen. Hä? Oh. Okay. Wah. Reicht das? Nochmal probieren. Hm. Ich fühle mich überwiegen, okay. Gehen wir das nochmal. True, true. The telltale TM toy. Violet might like this. You can give it to her after talking in the central heaven. Okay. Okay. So, next level. Got to peer with a card and stand near the explosion for a vertical boost. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Okay. X to hyperjumping before the explosion. Ah, ja. Okay. Let's keep it going. Okay. 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 Ok, ok, das werden wir nochmal, das Level war ein bisschen geiler schon, easy, 35 Sekunden. Ja, der Start war jetzt schon mal nicht so geil, aber hey, oh shit. Ok, 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 ok. No sweat baby. Easy, ja, wir haben eine Sekunde geschlagen sogar. Nein Oh, da war nachher noch eine Waffe getroppt Ja Hm 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 Boah... 37 Sekunden? what complete mission ah ok neon red oh die dialoge sind schon so ein bisschen grenzwertig ne ah ok details are fuzzy so far though I feel the strongest connection to you dammit white why would you say something so lame to a girl how bizarre I've never heard of a neon with such an affliction you're not messing with me are you I have no reason to lie to you is that so can't believe god himself decided to bless me with the thing I love most a completely clueless boy this isn't fun for me you know well it is for me we could have been lovers in life and you'd be none the wiser were we lovers I could know every last one of your measurements be serious here we've got a long boat right ahead maybe you could fill me in on the details of my character or even your relationship to me I don't know white honestly it's probably easier this way for both of us what hey wait where are you going all aboard the ship to central heaven stragglers will be returned to oblivion yes don't think I made it this far last time this really is my first rodeo I'm not half bad is that what red meant that it's easier for me to focus on demon slaying without memories of past transgressions weighing me down that were really true then why is it that the fire that propels me to win feels a whole lot like guilt heaven straight up confirmed I'm messed up that's why I'm a neon isn't it yellow violet and red they're the same sinners know me more than I know myself looks like demons aren't the only things I got to watch out for not bad for a dead guy huh super nice complete mission mission 1 im sack alles gemacht wunderbar ein paar gute medaillen geholt geschenk gesammelt das war aber jetzt nur das intro vom spiel es geht noch wild weiter und viel spaß in der nächsten folge morgen habt einen schönen tag bis dann reingehauen